Jetzt raucht er uns noch mal ein bisschen ein. Wow! Wow! Kunstflug auf höchstem Niveau, meine Damen und Herren. Solange er sein Modell noch sieht, habe ich keine Sorgen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Hey, super cool! Weiter so, jawohl! Frank, langsamer Walzer, links rum. Ich sage da gar nichts mehr zu. Da brennt die Hütte. Ich glaube es nicht. Vor allem sieht man hier jetzt sehr schön, wie Landeklappen gesetzt sind. Das heißt hier, wenn der Aufkrieg erhöht, dass der Landeklappen überhaupt erst nötig ist. Gar nichts tief. Und hier verliert die Hütte. Gar nichts tief. Wow! Super! 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 Super!